Hi Pyros, willkommen auf meinem Kanal Pyro Extreme Germany und somit auch zu einem weiteren Testvideo einer Neuheit für Silvester 2016-2017. Und zwar stelle ich euch heute die fette Elke Volume 2 vor. Die Volume 1 habt ihr ja schon gesehen und die dritte folgt dann in einem späteren Video. Diese fette Elke hat natürlich auch einen insgesamten Rohrdurchmesser von 90 mm. Allerdings verstecken sich quasi in diesen 90 mm drei Schuss mit jeweils 30 mm, die auf Schlag zünden. Die NEM bei dieser fetten Elke liegt bei 54 Gramm und der Effekt ist der folgende. Preislich liegt auch diese fette Elke zwischen 5 und 7 Euro. Und ob auch diese fette Elke überzeugen kann, davon macht ihr euch jetzt im folgenden Testvideo mal selbst ein Bild. Meine Bewertung findet ihr wie immer am Ende des Videos und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei der Zündung. Bis zum nächsten Mal.